Belandet, äh, gelootet wird, wenn Hotzone ist, oder wenn das Schiff genau drüber fliegt. Ja. Oder ein Rank, wenn die Leute sich abseits von allen... ...ne? ...positionieren wollen. Mein Gibraltar, mein Stampf! Hallo, Bruder! Ich habe das Kacke für euch! Ich hoffe, dass ihr es Spaß habt. Boom, boom, boom! Yikes! Yikes! Haben wir noch irgendwas zonenspezifisches? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe auf Schiff. Jesus, ist das schnell! Holy fuck, ist das schnell! And I might be dead, though. Ja! Dann trage ich ne vier Amor! Pog, eins! Oh. Jikes! Die Person ist rausgejumpt. Ich komme mal zu dir, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich rechtzeitig bin. Wenn du kurz noch stallen kannst. Okay. Okay. Ich habe ne Prowler mit Select Fire. Jesus! Okay, let's go. Okay! 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 Hey! Knocked, aber ich verbrenne! Yikes! Lebt noch einer! Honestly! I don't fucking know! Okay! 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 Das ist ja, ich bin der Name, Mr. Castelok! Gonna revive you! Ich bin der Name, Mr. Castelok! Marizia! Maurizia! Dein Name ist fucking Retard! Das ist dein Name! Ich bin nicht Retard. Du bist Nummer eins der Retards. Nein! Dann bist du Nummer zwei. Nein, ich bin der Letzte. X fucking dreimal D. X dreimal D. Bam, in den Rücken gekickt. Hier ist eine Wingman. Porkchip. Mr. Mauritia, Mauritia. Warte, willst du von mir, du fucking Mütter? Das Leben ist schön. Brauchst du den 3er Barrel? Hey, ich weiß nicht, ob du das siehst, aber ich lauf da gerade hin. Ich weiß nicht, ich mach da ein bisschen kaum. Fucking retard. Prozent auf der das Kind von meiner Probe ist ein Blatt und drauf mit einer Probe macht auch Sinn wenn er im Männer in dem wenn er im Hauptmenü auch eine Probe hat es echt schließt mal das Respawn achtet auf nicht nicht geht zum doch okay ok die folgen uns ich hätte ihn finishen sollen neben mir ich muss mir ein schild reparieren hier das will ich nämlich haben hier ist ein disruptor und noch sowas ich glaube dein gas hat mir gerade den arsch gerettet jetzt weiß ich nicht mehr wo da der sculpe ist ja nicht mehr angezeigt ist ja nicht so als ob hier auch einer drin wäre der liegt da vorne bei dem jump tower hier ist smoke ach so da ich weiß warum hier smoke ist der ist hier hochgegangen der ist oben auf dem dach da ist einer der 3 der jesus ich habe fucking einer kommt ja geile scheiße ist es so klug dass wir da nein es ist nicht einer ist knockt da rechts neben uns habe ihn knockt what the fuck is happening ich habe heavy ammo dankeschön die breiter kommt wieder hoch ich komme auch wieder hoch wo ist der miese wichser kann ich nicht wahr sein aha so viele mad kids wie ich habe alter und hier sind auch noch mal 17 drin ach so das sind meine hast du schon mal ein spiel gespielt mit absolut zero shields ich kann dir ich habe elf ich kann dir fünf geben so die frage ist jetzt respawn ich ihn jetzt hier oder in skalltorn respawn ihn da was denn bock sind halt zwei einser amus und ein fucking axe da ok ich bin gauner bei bei hier da sind zwei stück und nimm mal jetzt hast du fünf gar keine schildzellen hast du da ist noch eine box vielleicht sind da noch welche wo ist das schiff das ist das zweite schiff schon wollen wir aufs schiff vielleicht ist da ja noch was hast du batterien ich kann dir eine anbieten ja ok was ist der plan das war das bock der drache ist tot da hinten sind wires auf dem berg auf dem berg auf dem berg keine ahnung auf dem berg wahrscheinlich oder ich glaube er wollte auf dem skil ja das kann sein lass mal was ist denn in der zone gar nix lass mal gauntlet gehen da hinten stimmt da das ist das zu schießen wir haben halt nicht viel zeit ne 20 10 sekunden sind wir auch da nein hier vor der mauer nicht das schiff ich glaube nicht ja tschüss ich gehe zum gauntlet ich werde da hingehen hier ist der death tisch vielleicht ist hier ja äh nein hier ist ein select fire wenn du willst ich gehe an der border ich gehe an der border hier ist hier ist Lass mal ein Wettrennen laufen, komm. 3, 2, 1, komm. Oh, yikes. Ja, ich hab gewonnen. Einigen wir uns da drauf. Komm ich irgendwie aufs Dach ohne Paarfeinder zu sagen? Was ist das für ne Zone? Absolutely no cover. Doch, da hinten ist doch was. Die Berge. Sind das die Berge? Das sind die Häuser, oder? Oh, es ist da! Diese Raben gehen mir ja schon auf den Sack. Zweierhammer. Guess what, ich hab keinen Schuss getroffen. Da ist nur einer. Nehmen wir mal noch 4 Squats. Da ist der. Der redet da unten. Sollte ich ja sagen, wo auch noch einer ist? Da oben. Oh ja. Okay, wie wärs, wenn wir uns einfach cover in der Zone suchen? So oder dir. Was hast du für Waffen? Hover von M99. Ja. Können wir nicht wirklich feilen. Äh, ich geh aber nicht da unten hin. Ich geh hier oben hin. Du willst da oben hingehen? Oh lol. Hier kann man hier mal übel cover. Vor, vor Dings vom Skelett. Hast du noch eine Ult ab, ja, ne? Ja. Alter, das ist ja mal so eine Wichszone, wa? Holy shit, schlimmer geht's nicht. Ja boi, sie müssen da runter. Ey, Sam. Wissen die da runter? Ne, die müssen da runter. Nein, die können da oben bleiben. Wollen wir hin? Okay, einer hat den Peacekeeper. Pretty sure, wir haben die Zone hier. Der ist direkt an der Tür. Oh, das geht high deep, Alter. Rechts. Ich geh wieder raus. Erst auf dem Dach. Ich muss aufpassen, von oben. Ja, okay. Ist hier links oben? Erst links oben? Ich hab' ihn. Und unser Mate ist tot. Weil er gesnipet wurde von ganz oben. Wo bist du Wichse? Da! Das ist nur einer, der da ganz oben ist. Ich geh' ihn weg. Ich geh' ihn weg. Ja, er ist auf mich. Oh mein Gott, zöller. Jetzt hast du 200 damage in Relay. Aber... Wir sind trotzdem in Skelton. All day. Zwölf Squad Kills. Scheiße, Mann.